Die Spatzen pfeifen es von den Dächern. Das Ende des Zinserhöhungszyklus ist zumindest mal in den USA gekommen. In Europa wird es wohl seitens der EZB nochmal einen kleinen Nachschlag geben. Aber unter dem Strich dürfen wir wieder sinkende Zinsen erwarten. Und wer weiß es nicht, das bedeutet Aktien müssen und werden steigen. Das stimmt nur leider nicht. Sinkende Zinsen sind nicht unbedingt positiv für den Aktienmarkt. Worauf es wirklich ankommt und welche Märkte tatsächlich von sinkenden Zinsen profitieren, das möchte ich gerne in diesem Video für euch besprechen. Legen wir los. Ich begrüße euch ganz herzlich und ich hoffe es geht euch gut. Ja, in der vergangenen Woche war es soweit. Vermutlich haben wir die letzte Zinserhöhung in den USA gesehen. Ich habe es eben schon angedeutet, die EZB hinkt noch etwas her zwischen drei und sechs Monaten. Das heißt also sowohl was die Rezessionserwartung angeht, als auch die Inflationsentwicklung müssen wir davon ausgehen, dass es in der EZB noch weitere Zinserhöhungen geben wird. Auch hier erleben wir aber, dass der Markt durch diese Zinserhöhungen durchblickt. Das heißt also, er hat schon die Zukunft im Blick. Schauen wir nämlich hier auf den S&P 500, dann widerspricht das ja scheinbar dem, was man in den Lehrbüchern liest. Also steigende Zinsen sind gut für Anleihen und sind weniger gut für Aktien. Tatsächlich sind aber Anleihen überhaupt nicht aus dem Quark gekommen. Das ist ein anderes, etwas anderes, was ich hier besprechen möchte. Man muss natürlich auch mal unterscheiden zwischen Anleiherenditen. Die sind ja durchaus gestiegen, also gerade in den USA konnte man zwischen 4 und 5 Prozent Rendite erwirtschaften mit sicheren Staatsanleihen. Also von daher haben sie ihre Berechtigung in einem Portfolio, insbesondere in einem konservativen langfristigen Portfolio, durchaus wieder. Und dass die Kurse von Anleihen dann eigentlich aber steigen sollten, wenn eben die Erwartungshaltung ist, dass die Zinsen in Zukunft sinken werden, das können wir momentan noch nicht erkennen. Also die Notierungen der Anleihen, der Staatsanleihen und auch in Europa, in Deutschland, das Bund Future, das sehen wir aktuell noch nicht. Das hat aber meines Erachtens andere Gründe, werde ich demnächst in einem separaten Video besprechen. Der gesamte Finanzmarkt hat sich durch die Corona folgenden Geschehnisse und die Maßnahmen verändert. Dazu aber mehr zu einem späteren Zeitpunkt, was wir hier feststellen dürfen. Der S&P 500 ist nicht mehr weit von seinem Allzeithoch entfernt. Und wenn wir auf die Tech-Aktien gucken, ja, die Rallye war noch sehr viel imposanter. Und von daher fragt man sich natürlich, wird jetzt die Erwartungshaltung sinkender Zinsen dazu führen, dass die Kurse dann komplett durch die Decke gehen, dass wir bereits ein Datum benennen können, an dem die Zinsen dann wieder sinken werden, also eine Notenbanksetzung. Das kann man anhand der FED-Fund-Rates ganz gut erkennen, zeige ich euch gleich. Zuerst aber schauen wir einmal hier auf bankrate.com auf einen aktuellen Artikel. Der ist jetzt noch vor der letzten Zinserhöhung bzw. der letzten Notenbankentscheidung erschienen. Ich möchte hier auf die Umfragen gehen, also die Ökonomen. 6% haben gesagt, dass die FED bereits im Jahr 2023 beginnen könnte, die Zinsen zu senken. 78% sagen aber, das wird erst im Jahr 2024 erfolgen. Das ist letztlich auch das, was die FED, ja, die FED stellt sich ja am Ende nie bei der Pressekonferenz hin und sagt, im März werden die Zinsen gesenkt, sondern das wird etwas verklausuliert. Sie schaut immer auf die Wirtschaftsdaten und selbstverständlich auf den Arbeitsmarkt. Beides ist nicht sonderlich erhitzt und damit wird das Szenario einer sanften Rezession deutlich wahrscheinlicher für den Moment. Man kann das Ganze auch noch ein bisschen konkreter festmachen. Das möchte ich euch hier zeigen. Ja, das sind die Market-Implied-Fed-Funds at any point in time between today and 2027. Also, das ist eine Grafik, die habe ich mir hier geliehen aus einem Blog, The Macro Compass. Und hier sieht man im Prinzip, das ist der Ist-Zustand. Ja, jetzt gerade, wir sind ja zwischen 5,25 und 5,5%. Das ist also der Peak. Derzeit nimmt der Markt nicht an, dass wir in der September-Sitzung noch eine weitere Erhöhung sehen werden. Und das ist dann, was hier heute eingepreist wird, also die Zukunft. Und wenn wir uns das hier anschauen, dann sehen wir, wir haben 5,5 September 2023 wird angenommen, dass nichts passiert, dass wir also uns da bewegen, wo wir jetzt sind. Dezember 2023 haben wir, das ist noch keine deutliche Senkung. Wobei, ja, man sieht es hier also mit einer gewissen prozentualen Wahrscheinlichkeit, die, wir haben es gerade eben gehört, bei 6% liegt, nehmen einige an, dass hier die Zinsen schon senken könnten. Das ist, also das sind ja keine vollen Zinsschritte. Ja, das ist letztlich nach einer Wahrscheinlichkeit ausgerechnet. Hier im März wird es dann deutlich. Der März 2024 soll dann der Auftakt sein zu einer ganzen Reihe von Zinssenkungen, dann in den folgenden Jahren. Und ich würde mal sagen, wenn wir über das Jahr 2024 hinausschauen, vergesst das mal. Also momentan sind 3% die neuen 2%. Das heißt auch, dass man nicht mehr erwarten muss, dass wir wieder in Richtung Nullzinspolitik zurückkehren. Das ist, was der Markt annimmt. Und ihr seht hier so einen ganz leichten Anstieg. Das könnte man also als das Inflationsdoppeltop, was hier vielleicht eingepreist wird, bezeichnen. Aber ganz ehrlich, in diesem Umfeld, irgendwas muss der Markt bepreisen. Und das macht er natürlich auch in den langen Laufzeiten. Aber vergesst mal hinten die lange Laufzeit. Wir haben zum Beispiel, ich möchte es nicht zu kompliziert werden lassen. Wir haben seit Ewigkeiten eine invertierte Zinskurve. Also ja, eine Diskrepanz zwischen Anleihen mit kurzer und langer Laufzeit, die normalerweise kurzzeitig besteht und die in der Vergangenheit ein ganz guter Indikator dafür war, dass es dann zu einer Rezession kommen würde. Jetzt ist sie aber schon seit Ewigkeiten invertiert. Und wir sind von einer schweren Rezession, die angenommen wurde, mittlerweile auf, ja, eine softe Rezession, also ein Soft-Landing könnte es noch geben. Man kann den Anleihenmarkt derzeit als Indikator praktisch vergessen. Irgendwas stimmt hier nicht. Wie gesagt, werde ich in einem Video in der kommenden Woche nochmal separat besprechen, was das vielleicht auch bedeuten könnte. Und das ist, so viel kann ich vorwegnehmen, die Antwort darauf, warum so viele Analysten hinsichtlich ihrer Prognosen für den Aktienmarkt, für den Goldmarkt, für den Anleihenmarkt so verkehrt liegen. Und man kann ihnen auch nicht mal richtig böse sein, denn am Ende des Tages schaut man natürlich auf gewisse Faktoren, setzt die in Beziehung zueinander, schaut auf die Korrelation, sagt, so war es in der Vergangenheit, so könnte es in Zukunft sein, passt nur alles nicht. Es gibt da eine Erklärung, die meines Erachtens am wahrscheinlichsten ist. Wie gesagt, das in der nächsten Woche. Würde mich also freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Dann verpasst ihr das Video insbesondere dann nicht, wenn ihr die Alarmfunktion einschaltet. Außerdem unterstütze mich hier bei meiner Arbeit und dafür danke ich euch. So, wenn also die März-Sitzung in einigen Monaten dazu führt, dass die Zinsen da wieder sinken, ja, dann kann man ja wohl davon ausgehen, dass Aktien steigen. Das steht ja schließlich in den meisten Lehrbüchern so. Oder? Nee. Und die Korrelation kann man so auch nicht aufrechterhalten. Das darf man nicht behaupten, weil es in der Vergangenheit nicht so war. Ich habe mal ganz bewusst hier nur einen Chart genommen, beziehungsweise eine Grafik, die bis zum Jahr, bis Ende 2019 reicht. Nochmal 2020 und alles, was folgte, ist anders. Vieles hat sich verändert, nicht nur am Finanzmarkt, dort aber auch. Und was ihr hier seht in schwarz, ist jetzt mal dieses FAT-Fund-Target, also das, was der Markt an Zinssenkungen einpreist. Und dann seht ihr den DAX darunter. Ganz interessant und ihr erkennt zum Beispiel, dass im Jahr 2001 die Zinsen schnell gesenkt wurden. Der DAX ist massiv eingebrochen in dieser Zeit. Es gab einen deutlichen Zinserhöhungszyklus. 2,4, 2,5, 2,6, der DAX ist gestiegen. Dann gab es die Nullzinsen und keine Frage, das war bullisch für den Markt. Dann haben wir erneut steigende Zinsen gehabt zwischendurch. Danach ging es ja nochmal wieder abwärts, wissen wir, der Markt ist weiter gestiegen. Also es gibt keine Korrelation. Und wenn dann nur eine sehr schwach ausgeprägte zwischen steigenden oder fallenden Zinsen und dem, was wir am Aktienmarkt dann sehen. Und der Chart spricht ja wieder dafür. Das heißt, die Zinsen sind so schnell, jetzt nur mal auf die Geschwindigkeit, nicht auf die Höhe bezogen, gestiegen wie noch nie. Und was hat der Aktienmarkt draus gemacht? Der ist jetzt nicht nur gestiegen, weil uns allen eingefallen ist, hoppsala, jetzt gibt es ja AI. Aktien können steigen im Kurs, auch wenn die Zinsen steigen. Und schneller sind sie, wie gesagt, nie gestiegen. Und trotzdem wurde der Aktienmarkt nicht abgewirkt. Was ist es also, was meines Erachtens tatsächlich die Antwort darauf gibt, ob wir dann im Jahr 2024 eine Rallye sehen oder vielleicht vorher noch mal eine deutliche Abkühlung. Zum einen möchte ich hier noch mal darauf hinweisen, der Gedanke der Nullzinsen führt definitiv zu steigenden Kursen. Jetzt können wir aber mit einigermaßen Gewissheit sagen. Es gibt einige im Camp, einige, denen ich auch gerne zuhöre und deren Blogbeiträge ich gerne lese, weil ich sage, am Ende suche ich natürlich nicht nur Meinungen, die meiner entsprechen, sondern insbesondere auch gegenteiligen Standpunkten. Es gibt einige, die sagen, es wird vollkommen unterschätzt, was wir hier an Inflation in den nächsten Jahren sehen. Das heißt also, das Zinsniveau wird insgesamt höher bleiben, als wir das heute annehmen. Das wäre belastend für den Aktienmarkt beziehungsweise für einige Sektoren, nicht für alle. Worauf es ankommt, und das ist etwas, was ich erwarte, soweit lege ich mich fest. Auch da kann man anderer Meinung sein, aber ich glaube nicht, dass es möglich sein wird, aufgrund der Schulden, die mittlerweile angehäuft werden. Und das wird im Übrigen auch ein Video in der nächsten Woche mit Politikvideos. Ja, super. Das hat wahrscheinlich einen Grund, dass das die wenigsten Aufrufe hat. Vielleicht war auch der Titel nicht gut. Ich danke übrigens allen, die darunter sehr kritisch kommentiert haben, weil ich vielleicht zu kritisch gegenüber einer Partei war, wie moderat sie das formuliert haben. Also vielen Dank für eure Kommentare unter meinem letzten Politikvideo. Worüber ich aber sprechen möchte ist, und das ist ja für viele noch mehr Rutes Tuch als Politik, ist die Erwärmung. Das heißt also, wir haben den heißesten Juni, den heißesten Juli gesehen. Punkt. Noch keine weiteren Konsequenzen, die damit einhergehen. Aber, was meines Erachtens passieren wird, ist, dass wir hier noch mehr Subventionen für bestimmte Branchen sehen werden. Ich glaube, dass, und da verkürzen wir jetzt einfach mal, beziehungsweise, ich möchte nicht das ganze Video heute schon wieder geben, ich glaube, dass enorm viel investiert wird in einige Branchen. Es sind auch enorm viele Investitionen möglich, für viele westliche Industrieländer überhaupt mitzuhalten. Und all das macht es für mich beinahe unmöglich, dass die USA oder auch die allermeisten Staaten in Europa jetzt ihre Schuldenberge zurückfahren. Das ist alles Augenwischerei. Und das, die USA müssen allein 300 Milliarden an Zinszahlungen aufbringen derzeit. Das geht in diesem Umfeld, das wird aber dauerhaft nicht gehen, wenn man annimmt, die Notenbanken werden ein weniger liquides Umfeld schaffen. Und das, diesen Chart, den ihr hier seht, so weniger liquides Umfeld schaffen. Und wenn ihr jetzt sagt, da ist aber jetzt ein kleiner Cut drin, dann liegt das daran, dass meine Speicherkarte voll war. Und meine Frau sagt immer, vor der Kamera werde ich zur Diva. Das heißt also, ich habe sie natürlich dafür verantwortlich gemacht, dass die Speicherkarte voll ist. Es ist aber meine Schuld. Ist auch ein bisschen ihre Schuld. Aber sonst überwiegend meine Schuld. Und das ist der Chart, den ich euch zeigen wollte. Denn darauf kommt es an. Quantitative Easing, Notenbankausweitung, hochliquides Umfeld. Meiner Überzeugung nach, werden wir diesen nächsten Liquiditätszyklus sehen. Und zwar sowohl in Europa, als auch in den USA, als auch in China. Und ich habe es hier auf dem Kanal, glaube ich, schon erläutert. Und ich denke, dass in den nächsten zwei bis drei, vielleicht dauert es auch vier Jahren, wir beispielsweise einen Nasdaq 100 sehen, der oberhalb von 20.000 Punkten handelt. Aber diese Übergangsphase, in der der Markt noch eruiert, wann beginnt dieser Liquiditätszyklus oder zieht sich das noch ein bisschen weiter hin? Denn eins ist auch klar, diesen Liquiditätszyklus, den wird es meines Erachtens brauchen. Und man könnte hier wirklich noch ganz viele Fässer aufmachen. Allein schon die Pensionsfonds in den USA, die sind ganz wesentlich davon abhängig, dass der Aktienmarkt nicht schlecht läuft. Scheiß, Punkt. Ach nee, das war zu spät mit den Punkten. Also vergesst bitte die Vorstellung, die Mandate der Notenbanken seien so und so und Aktienkurse seien dafür nicht so wichtig. Aktienkurse sind elementar wichtig für die Renten der Babyboomer in den USA. Und keine Regierung in den USA wird in irgendeiner Art und Weise sich erlauben können, ja, dann müssen wir auch mal zwei, drei, vier, fünf Jahre schwere, harte Jahre und die Notenbanken sagen auch, da müssen wir jetzt mal alle durch. Aus meiner Sicht komplett abwegig. Das heißt, ich bin bullisch für den Aktienmarkt. Aber bevor diese Erkenntnis gereift ist, kann es durchaus noch mal abwärts gehen. Und es war nicht selten in der Vergangenheit so, ich habe es euch eben gezeigt in einer Grafik, dass just in dem Moment, als es dann die ersten Zinssenkungen gab, Entschuldigung, dass dann etwas Enttäuschung am Markt herrschte. Denn es wird ja an der Börse nicht das gehandelt, was jetzt in dem Moment passiert, sondern Erwartungshaltung der nächsten Monate. Und von dahingehend, ich glaube nicht, dass wir dann einen kompletten Abschwung des Zinses wiedersehen in Richtung Null. Und allein das kann für den Markt zu einer Enttäuschung führen. Es wäre passender. Und es ist echt schwer, das in diesem Umfeld in ein zeitliches Korsett zu packen. Alle langfristigen Investoren oder wer bullisch ist für den Aktienmarkt, der muss das ja auch gar nicht. Das betrifft ja nur im Prinzip aktive Investoren, die versuchen ein gewisses Timing in die Anlage reinzubringen, beziehungsweise in den einen Teil ihrer Anlage. Nur diejenigen sollten zumindest mal nicht hier auf den Feuer-Frei-Button drücken und sagen, weißt du was, jetzt können Aktien ja nur noch durch die Decke gehen. Das kann passieren. Tatsächlich ist es aber nicht so unwahrscheinlich, dass wir vorher noch mal eine Korrektur sehen. Denn eins ist auch klar, die Inflation muss wirklich so richtig komplett, das war eine komische Bewegung. Also eigentlich wollte ich ausstampfen euch zeigen, aber das ist ja ein bisschen schwierig mit den Händen. Die Inflation, die Glut der Inflation muss einmal weggetrampelt sein. Denn ansonsten hat natürlich die, das ist die größte Gefahr letztlich, zumindest mal auf Sicht der nächsten sechs bis neun Monate, es darf keine zweite inflationäre Welle in den USA geben. Notfalls muss die FED den Zeitpunkt der Zinssenkungen noch weiter in die Zukunft verschieben. Denn wenn jetzt, und das ist für jeden Investierten kurzfristig die Gefahr, wenn jetzt die Inflation nicht weiter sinkt, wenn also gar keine Rezession beispielsweise auftaucht, oder, und das wäre auch etwas, was für den aktiven Handel interessant ist, aber was die Lage schwieriger macht, wenn die Energiepreise aus irgendwelchen Gründen durch die Decke gehen, dann ist das eben inflationär. Und eine zweite Inflationäre darf nicht passieren. Auf die müsste die Notenbank ja dann wieder mit steigenden Zinsen reagieren. Und darauf ist der Markt nun wirklich nicht vorbereitet. Und manchmal muss das alles nicht passieren. Es reicht schon die Erwartungshaltung. Kurzes Fazit. Für die nächsten sechs bis neun Monate bin ich noch ein bisschen vorsichtig, bevor ich jetzt alle Ampeln auf Grün stelle, obwohl ich natürlich investiert bin. Wenn ich darüber hinaus schaue, auf 24 bis 36 Monate komme ich nicht drum herum. Dann bin ich bullisch und zwar für die allermeisten Anlageklassen. Es gibt einen Markt, der ist tatsächlich auch dann, wenn erstmal nur die Zinsen sinken, einer der Favoriten bei den Anlegern. Und das ist zufälligerweise ein Markt, der momentan nur mit der Hälfte der Bewertung unterwegs ist, wie die allermeisten amerikanischen Indizes. Nehmen wir mal den S&P 500. Hier liegt das Kursgewinnverhältnis knapp über 20. Das liegt auch daran, dass die Top-Werte den Markt gezogen haben. Die anderen sind nicht mitgezogen. Die sind also gar nicht so hoch bewertet. Und wir haben für die Emerging Markets ein einstelliges Kursgewinnverhältnis. Und das war in der Vergangenheit eine Kaufgelegenheit. Deswegen werde ich am Mittwoch im Report genau darauf eingehen. Die Emerging Markets und zwar einmal mit China und weil das einigen zu riskant erscheint, auch einmal ex-China. Darum geht es im Report. Blende ich euch mal ganz kurz ein. Die meisten werden eh dabei sein. Aber hier könnt ihr euch dafür eintragen. Ist einer meiner favorisierten Märkte, insbesondere auch dann, wenn vielleicht die Indizes, die wir sonst im Auge haben, nicht so durch die Decke gehen. Also den Report solltet ihr euch durchlesen. Kommt am Mittwochmorgen wie immer pünktlich um sieben in eure E-Mail-Postfächer. Das war es für heute. Jetzt freue ich mich auf eure Kommentare. Wünsche euch einen schönen Montagabend. Bis dann. Wünsche euch einen schönen Montagabend. Wünsche euch einen schönen Montagabend. Wünsche euch einen schönen Montagabend.